Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ich werde oft gefragt, welcher Fitness-Tracker oder welche Sportuhr ist denn jetzt genauer? Garmin oder Fitbit? Ich habe jetzt über mehrere Wochen die Daten von Fitbit und Garmin miteinander verglichen. Bei diesem Vergleich geht es nicht speziell jetzt um die Geräte, also die teuren Sportuhr mit den billigen Fitness-Trackern, sondern einzig und allein um die Daten. Hier sind die Garmin-Geräte alle ungefähr gleich, egal ob jetzt den günstigen Vivo Sport oder die teure Phoenix 5X Plus. Und so ist es auch bei den Fitbit-Geräten. Hier gibt es ja auch sehr günstige Modelle wie mittlerweile den Charge 2 oder den Charge 3 und etwas teurere Modelle wie beispielsweise die Ioniq. Alle Fitbit-Geräte zählen oder zeichnen die Daten ungefähr gleich auf und genauso ist es auch bei Garmin. Da dieses Video sehr aufwendig war, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst oder wenn ihr mich unterstützen möchtet, auch gerne ein Abo von diesem Kanal. Denn so kann ich in Zukunft weitere coole Tests und Vergleiche für euch machen. Ich habe mir jetzt mal die Arbeit gemacht und alle Daten, die ich mit den Fitness-Trackern und Sportuhren in den letzten Wochen und Monaten gesammelt habe, in einer Tabelle getragen. Ich habe immer beide Geräte parallel getragen bei allen Sportarten, die ich getrackt habe und ich habe wirklich die ganze Bandbreite an Sportarten ausprobiert, aber natürlich auch bei der Bewegung im Alltag. Hier möchte ich jetzt einfach mal alle Daten miteinander vergleichen in verschiedenen Kategorien, sodass ihr euch am Ende ein Bild machen könnt, wo welcher Hersteller bei welchen Daten genauer ist. Die erste Kategorie oder die ersten Daten, die ich miteinander vergleichen möchte, sind die Schritte. Beide Sportuhren und Fitness-Tracker von den Herstellern arbeiten bei der Schrittaufzeichnung mit dem Beschleunigungssensor. Das heißt, über eine Bewegung, die vom Tracker oder der Sportuhr erfasst wird, wird am Ende ein Schritt oder auch kein Schritt hinzugezählt. Bei Garmin haben wir in den Einstellungen vom Tracker noch die Möglichkeit, unsere eigene Schrittlänge zu definieren, um noch genauere Werte zu bekommen. Bei Fitbit haben wir zumindest die Möglichkeit einzustellen, ob wir den Tracker oder die Sportuhr am dominanten Handgelenk tragen. Und ihr merkt es vielleicht auch schon an den Einstellmöglichkeiten. Obwohl ich bei Garmin auch nie meine individuelle Schrittlänge eingestellt habe, waren die Daten von Garmin doch deutlich realistischer und deutlich genauer als die Daten von Fitbit. Fitbit war hier insgesamt sehr großzügig. Ein schnelles Armschwingen reicht da schon aus, um mehrere Schritte auf dem Tracker dazu zu bekommen. Und so hatte ich am Ende des Tages im Schnitt immer 3.000 bis 4.000 mehr Schritte auf dem Fitbit-Gerät, sodass ich sagen muss, Fitbit ist, was die Schritte angeht, deutlich großzügiger als es Garmin ist. Garmin ist in meinen Augen hier deutlich realistischer. Natürlich kommt es auch mal vor, dass Garmin auch ein schnelles Armschwingen als Schritt zählt. Doch nicht jedes Armschwingen, sodass ich schon sagen würde, der Punkt von den Schritten geht eindeutig an Garmin. Die zweite Kategorie sind die Stockwerke bzw. Etagen. Auch hier nutzen beide Hersteller einen integrierten Höhenmesser, der dann die Stockwerke ganz genau tracken soll. Tatsächlich konnte ich in dem gesamten Zeitraum keinen richtigen Sieger ausmachen. Mal haben die Daten von Fitbit gestimmt, mal von Garmin, mal bin ich fünf Stockwerke gegangen. Am Ende war nur ein Stockwerk angezeigt. So richtig viel haben sich hier beide Hersteller nichts genommen. Eigentlich war ich eher enttäuscht bei beiden Herstellern. Im Schnitt hatte ich bei Fitbit zwar ungefähr immer zehn Stockwerke mehr auf der Uhr. Also wenn man alle Daten, die ich gesammelt habe, zusammennimmt. Aber so einen richtigen Sieger möchte ich hier nicht ausmachen, weil die Daten von Garmin auch nicht hundertprozentig genau waren. Deshalb bekommen beide einen Punkt bei der Kategorie Stockwerke. Die nächste Kategorie sind die Kalorien. Und hier meine ich tatsächlich die Gesamtkalorien, die am Ende eines Tages auf der Uhr stehen. Auch hier habe ich die Daten miteinander verglichen. Und hier hat sich ganz klar herausgestellt, dass Fitbit genau wie bei den Schritten, bei den Kalorien äußerst großzügig ist. An Tagen, wo ich eine Aktivität, also ein Lauf, ein Training im Fitnessstudio oder einfach nur eine längere Radtour oder Wanderung aufgezeichnet hatte, wusste ich, dass ich am Ende bei Fitbit annähernd immer 4000 Kalorien auf der Uhr hatte. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass auch die Schritte großzügiger bemessen werden. Anhand von mehr Schritten auch mehr Kalorien am Ende auf der Uhr stehen. Allerdings muss ich sagen, sind die Kalorien dementsprechend auch eher unrealistisch. Bei Fitbit würde ich es gerne einfach nochmal probieren, eine 10.000 Kilo Kalorien Challenge zu machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier deutlich einfacher sein wird, die 10.000 Kalorien auch zu erreichen im Vergleich mit den Garmin-Werten, wobei ich die Garmin-Werte insgesamt als deutlich realistischer einordnen würde. Im Schnitt hatte ich so 800 Kalorien mehr bei Fitbit auf der Uhr, wenn man alle Daten zusammengenommen hat. Und wenn man jetzt die Daten miteinander vergleicht, sind die 800 Kalorien schon ein eklatanter Unterschied. Zumindest wenn man jetzt auch seine Ernährung so ein bisschen nach den getrackten Kalorien richtet. Hier würde ich mich nicht zu sehr auf die Daten von Fitbit verlassen und mich eher nach den Daten von Garmin richten, wo ganz normale Bewegung im Alltag nicht so viele Kalorien gibt. Und auch Sportarten, wozu wir gleich kommen, gibt nicht ganz so viele Kalorien wie bei Fitbit. Der Punkt für die getrackten Kalorien geht also eindeutig an Garmin. Die nächste Kategorie ist der Schlaf. Bei beiden Herstellern wird der Schlaf automatisch erkannt und erfasst. Das heißt, man muss weder Garmin noch Fitbit irgendwie in einen Schlafmodus versetzen, sondern beide Tracker erkennen automatisch, wenn man abends ins Bett geht. Zumindest ist das auf dem Papier so. In der Realität hat es sich so dargestellt, dass Garmin teilweise sehr falsche Schlafdaten getrackt hat. Teilweise schon, wenn man ruhig auf dem Sofa saß, auch den Schlaf erkannt haben will. Das war bei Fitbit nicht so. Hier hatte ich in der Regel deutlich realistischere Schlafwerte. Zumindest, wenn man alle Daten zusammennimmt. Mal haben die Daten von Garmin gestimmt, mal von Fitbit. Aber unterm Strich würde ich schon sagen, Fitbit war hier deutlich genauer. Ich habe immer nach dem Aufstehen geguckt, welcher Fitness-Tracker hat jetzt richtig getrackt, Garmin oder Fitbit. Habe nochmal überlegt, wann bin ich denn abends ins Bett gegangen. Und hier waren die Daten von Fitbit schon öfter genau als die von Garmin, sodass der Punkt für die Schlafdaten eindeutig an Fitbit geht. Wenn ihr die ganzen gesammelten Daten nochmal im Detail vergleichen und abrufen möchtet, habe ich euch unten in der Videobeschreibung nochmal einen Artikel von mir verlinkt, wo ihr dann alle Daten und Tabellen nochmal findet. Kommen wir jetzt mal weg von den ganzen Fitness-Tracking-Daten hin zu den Sportfunktionen beziehungsweise den Daten, die bei der Sportaufzeichnung gesammelt werden können. Starten möchte ich hier mit der optischen Herzfrequenzmessung. Beide Hersteller setzen bei der Pulsmessung auf die optische Messung. Das heißt, Licht strahlt unter die Haut, wird reflektiert, wird von einer Fotozelle wieder eingefangen und daraus wird dann ein Puls errechnet. Machen wir uns nichts vor, die optische Herzfrequenzmessung ist nie ganz genau, nie komplett realistisch. Das liegt einfach daran, dass viele Fehlerquellen vorhanden sein können. Wenn ein bisschen Schweiß auf den Lichtsensor fällt, dieser vielleicht verschmutzt ist oder man einfach eine Kontraktion im Handgelenk hat, kann der optische Herzfrequenzsensor den Puls einfach nicht mehr so schnell erfassen. Bei beiden stimmt die optische Herzfrequenzmessung, zumindest was den Sport angeht, nicht. Allerdings muss ich auch sagen, bei Fitbit hat mir die optische Herzfrequenzmessung unterm Strich deutlich besser gefallen als bei Garmin. Bei Garmin hatte ich es immer so, bei allen Garmin-Uhren und Fitness-Trackern, dass immer ein viel zu niedriger Puls erfasst wurde. Mein Puls war wirklich auf 160, 170 Schläge und der Tracker hat mir vielleicht 100 Schläge angezeigt. Also da war ich in der Regel eher enttäuscht. Da hat der Puls eigentlich nur so bei konstanten Sportarten wie Laufen und Radfahren gestimmt. Bei Fitbit war die optische Herzfrequenzmessung zumindest ein bisschen besser. Das heißt, ein erhöhter Puls auch beim Fitnesstraining wurde schon erfasst und erkannt. Also hier hat mir Fitbit deutlich besser gefallen als Garmin. Auch, muss ich sagen, haben die Werte bei Fitbit nie zu 100% gestimmt. Aber der optische Herzfrequenzmesser von Fitbit ist einfach deutlich genauer, sodass der Punkt hier an Fitbit geht. Der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte, sind die Kalorien. Mal komplett losgelöst von der Herzfrequenzmessung. Das heißt, die Kalorien, die man für das Tracken einer Sportart dazu bekommt. Ich habe auch hier diverse Daten miteinander verglichen. Mal mit Brustgurt die Garmin-Uhr getrackt, mal ohne Brustgurt. Das Ganze mit den Daten von Fitbit verglichen, wo ich bei der Charge 3 leider kein Brustgurt koppeln kann. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass bei Fitbit, wenn man sehr lange Sportarten ausführt, also über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel vier Stunden Wandern-Track, war Fitbit deutlich großzügiger als Garmin und auch deutlich unrealistischer. Wenn man die Daten mal miteinander vergleicht, habe ich für eine Vier-Stunden-Wanderung bei Fitbit knapp 2000 Kalorien bekommen. Bei Garmin waren es nur ungefähr 1000, wobei die Werte von Garmin hier deutlich realistischer einzuordnen sind. Bei allen anderen Sportarten war es dann so, dass ich tatsächlich annähernd ungefähr die gleiche Kalorienzahl hatte, obwohl der Puls von Fitbit in der Regel immer etwas niedriger erfasst wurde. haben am Ende die Kalorien immer ungefähr gestimmt oder waren ungefähr identisch mit denen von Garmin. Aber halt diese extrem starke Abweichnung bei einem langen Zeitraum, wenn man sehr lange Sportarten oder Sporteinheiten trackt, waren die Werte von Fitbit doch sehr unrealistisch, sodass der Punkt für die getrackten Kalorien beim Sport, mal abgesehen davon, dass man bei der Fitbit Charge 3 ja auch kein Brustgurt koppeln kann, bei Garmin deutlich realistischer war. Der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die Distanzaufzeichnung beim Sport. Bei vielen Garmin-Sportuhren und Fitness-Trackern ist ja zumindest ein GPS-Sensor verbaut oder bei neueren auch sogar der Galileo-Sensor, womit wir dann noch ganz genauer die Strecke erfassen können. Bei Fitbit wird in der Regel auf ein GPS-Sensor verzichtet. Hier haben wir aber natürlich die Möglichkeit, via Connected GPS mit unserem Smartphone dann die Strecke ganz genau aufzuzeichnen. Wenn man natürlich GPS, Connected GPS nutzt, dann nehmen sich die Werte nichts, mit den Werten die Garmin erfasst. Wenn man allerdings auf den reinen Beschleunigungssensor setzt, also anhand des Beschleunigungssensors dann auch die Distanz misst, dann ist Fitbit deutlich großzügiger als Garmin. Das kann ich mir nur so erklären, dass das natürlich anhand der Schritte erfasst wird. Weil Fitbit ja auch bei den Schritten großzügiger ist, haben wir am Ende auch eine deutlich großzügigere Distanz als bei Garmin. Deshalb empfehle ich, zur Streckenaufzeichnung eigentlich immer einen GPS-Sensor zu nutzen. Sei es nun ein integrierter von der Uhr oder halt Connected GPS mit eurem Smartphone. Wer wirklich eine genaue Strecke haben möchte, der kann auf einen GPS-Sensor eigentlich nicht verzichten. Der Punkt für die Streckenaufzeichnung geht aber hier an Garmin, weil Garmin einfach schon bei vielen Sportuhren und Trackern einen GPS-Sensor integriert hat und Fitbit hierauf meistens verzichtet und eher auf Connected GPS setzt. Das war jetzt mein Vergleich von den Fitness-Tracking- und Sportdaten von Fitbit im Vergleich zu Garmin. Bei einigen Kategorien hat Fitbit die Nase vorn, bei anderen wiederum Garmin. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wo euch eine Genauigkeit besonders wichtig ist und ob euch vielleicht selber auch schon was an eurem Fitness-Tracker oder eurer Sportuhr aufgefallen ist und wo diese eurer Meinung nach ungenau ist. Lasst ansonsten auch gerne einfach Feedback in den Kommentaren da oder wenn ihr mögt einen Daumen oder wenn ihr mich unterstützen möchtet auch gerne ein Abo von diesem Kanal. Vielen Dank fürs Schauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.